Das OLS Kinderschützenfest beginnt. Zur Eröffnung haben sich die Kinder der 25 teilnehmenden Schulen im riesigen Festzelt in Born-Niederlande eingefunden. Doch bis es soweit war, gab es viele Vorbereitungen. In den Wochen davor waren die Kinder durchaus fleißig. Schützen und Schulen arbeiten zusammen, um 10-, 11- und 12-Jährigen zu erklären, was Schützen machen und wofür das Schützenwesen steht. So lernen Kinder die Schützen und ihre jahrhundertealten Traditionen und Bräuche kennen. Im Rahmen des regulären Schulunterrichts finden in den Schulen zahlreiche Aktivitäten statt. Im Musikunterricht lernen die Kinder die Limburger Nationalhymne oder im Takt zu trommeln. Im Tiernunterricht lernen die Kinder das Marschieren und im Handwerksunterricht können Uniformen, Trommeln und das Banner entworfen und angefertigt werden. Aber auch die Schulfächer Geografie, Geschichte, Gesellschaftskunde und Sozialpädagogik werden hier eingebunden. Das Old Limburger Schützenfest ist eine der größten kulturhistorischen Veranstaltungen in der Provinz Limburg, an welcher rund 140 Schützen gelten aus Belgien und den Niederlanden mit mehreren tausend Schützen teilnehmen. Aufgrund seines einzigartigen Charakters wurde das OLS in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Seit 2005 gibt es ein Kinder-OLS, bei dem die Kinder die Welt der Schützen kennenlernen. den Niederlanden mit mehreren tausend Schützen bezelt und sch·lubten Schms sch觸 Mit selbstgemachten Musikinstrumenten und gebastelten Uniformen marschieren die Kinder stolz durch die Straßen des Ortes, wo das OLS stattfindet. Viele tausend Besucher stehen am Straßenrand und jubeln den Kindern zu. Fernsehstationen übertragen das eventuell. Das Kinder-OLS 2023 fand am letzten Dienstag im Juni in Born statt, immer am Dienstag oder Donnerstag vor dem großen OLS. Vorwacht! Vorwacht! Wie bei jedem anderen Schützenfest in den Niederlanden werden auch bei den Kindern die Gilden beurteilt. Die Richter vergeben Punkte für das schönste Banner, die beste Marschformation, die schönsten Uniformen, das schönste Königspaar und natürlich gibt es einen Schießwettbewerb. Ein besonderer Wettbewerb ist der Schrei. Dies ist ein separater Teil des Kinder-OLS. Während der Parade bleibt die Gilde vor der Haupttribüne stehen. Der Kommandant befiehlt dann seiner Truppe, gemeinsam einen Reim, der von den Kindern der Klasse erfunden wurde, vorzutragen. Wer die Kinder mit ihren lachenden Augen sieht, merkt schnell, mit welchem Eifer sie dabei sind. Gemeinsinn, Zusammenhalt und ein gutes soziales Miteinander sind Teil des Ganzen. Hier werden Kinder stark gemacht. Wer hört und sieht mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder hier stolz vor den TV-Kameras stehen, den Opodeln live Antworten geben, der braucht um die Selbstsicherheit dieser Menschen keine Sorge haben. Further kneifalt ehrlich, die Kinder sind, wenn sie damit vertrekert, Links, 2, 3, 4, links, links, schritterei, Halt! Rest, om! Kommandant Kaya meldt schritterei Hubertus Hechten present! Zing, Jouw, Weer zit van Hubertus, We trommelen en marcheren, Weer zit van Hubertus, We schitten alles af! En wij komen nu een sigaal brengen! Schut eruit, we zitten in, Jouw! Kena, Oles, Tess, Schap! De schriek schuurt alle klokken af! Puff! 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 Kommandant Daan Goezes meldt Kinderschutterij Dionysius & Kniesius Er is ook rechts, rechts voor de tribunescentrum, dat is mooi Rechts om Rechts! Kommand! Applaus Dionysius & Kniesius, ze hebben nog een riep! Drommelen en zingen, is wat we goed kennen! Met jou de beperkingen! Vieren langs! Voorwacht! Ja! 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 OLS auf dem richtigen Weg. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Wikipedia in de Zonsklier, daarvoor doen we het keer op keer. Hup, met de benen en knallen met de buts. We tonen hier onze meesterlijke truss, hey! Für die Kinder war das ein erlebnisreicher Tag. Nach dem Festzug gab es genügend Zeit, um einmal in der riesigen Spielewelt zu proben oder das erhaltene Lunchpaket zu genießen. Zwischendurch die Schießwettbewerbe sowie die Kinder es unter strengen Sicherheitsbestimmungen gelernt hatten. Auch die Kinderdisco im Festzelt fand Regen anklang, bevor die Sieger des Kinder-ONS unter großem Jubel bekannt gegeben wurden. Links, 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 links um Kinder von den Borsewik Kinder von den Borsewik Marchieren nicht für viel Publik Marchieren nicht für viel Publik Untertitelung des ZDF für funk, 2017